Hi, in diesem Beitrag geht es um eine Frage, die mir via YouTube-Kommentar nahegelegt wurde. Wer ernsthaft Philosophie betreiben will, der sollte sich zunächst folgende Frage stellen. Was ist Wissen? Wie erlangt man Wissen? So was solltest du dich fragen, bevor du hier Kinderbücher als Bestandteil eines philosophischen Kanons bezeichnest. Solche Beiträge wie der Deine sind der Grund dafür, dass Philosophie ein Synonym für ausschweifendes Kumbaya-Kumbaya-Gelaber geworden ist. Dankeschön. Bitteschön. Stimmt ja absolut, wer Philosophie betreiben will, sollte sich auch fragen, was ist Wissen und wie erlangen wir Wissen? Dazu sollen im Folgenden zwei Positionen vorgestellt werden – der Empirismus und der Rationalismus. Und den Skeptizismus ordnen wir zumindest grob ein. Was steht an? 1. Klärung der Begriffe 2. Blick in die Geschichte 2. Gegen Überstellung der Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Methoden und Ziele von Empirismus und Rationalismus Als literarische Grundlage dienen Dominique Perlers Buch über René Descartes aus der Beckschen Reihe sowie Hans Posers Einführung ebenfalls zu René Descartes aus Reclams Universalbibliothek, zwei lesenswerte Werke mit je einem eigenen Kapitel über Empirismus und Rationalismus. Und weil alle guten Dinge drei sind, schauen wir auch in Sophies Welt mal rein. Klären wir zunächst mal die zentralen Begriffe. Sophie, was verstehen wir unter Empirismus? Ein Empiriker leitet alles Wissen über die Welt von dem her, was die Sinne uns erzählen. Die klassische Formulierung einer empiristischen Haltung stammt von Aristoteles. Der sagte, nichts sei im Bewusstsein, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen ist. Empirisch heißt, aus der sinnlichen Erfahrung gewonnen, etwa vermittels Versuche. Empirie, damit ist eine methodisch-systematische Sammlung von Daten gemeint. Der Begriff geht zurück auf das altgriechische Wort Empiria, das sich mit Erfahrung übersetzen lässt. Der lateinische Begriff Ratio wiederum heißt so viel wie Vernunft. Und dann gibt es noch diejenigen, die alles ganz genau von sämtlichen Seiten betrachten. Das griechische Wort für Betrachtung, Prüfung oder Untersuchung, das lautet Skepsis. Auch wenn es vielleicht Antworten auf viele philosophische Fragen gibt, können die Menschen doch niemals wirklich sichere Antworten auf die Rätsel der Natur und des Universums finden. Ein solcher Standpunkt wird in der Philosophie als Skeptizismus bezeichnet. Die Positionen, die heute Empirismus, Rationalismus und Skeptizismus genannt werden, die sind viel älter als die Begriffe selbst. Wie so oft führen wir die Ideen dahinter auf die Antike zurück. Als berühmte Gegenüberstellung wird Platon mit seiner Ideenlehre als Rationalist und Aristoteles mit seinem Erfahrungswissen, wie er gerade auch von Sophie, als Empirist bezeichnet. Ein früher Vertreter des Skeptizismus war zum Beispiel Sextus Empiricus. Mehr über die antiken Philosophen erfährst du in dem Werk »Leben und Meinungen« berühmter Philosophen« von Diogenes Laertius. Doch mit einer solchen Rückwendung zur Antike würde man das Anliegen verfehlen, das Empirismus und Rationalismus eint. Beide suchen, in skeptischer Absicht, eine vom Individuum ausgehende Sicherung und Begründung aller Erkenntnisse – aller, nicht nur der Erfahrungswissenschaften und der Mathematik, sondern auch der Ethik als Begründung der Regeln menschlichen Handelns. Na dann springen wir direkt in die Neuzeit, in der Erkenntnisfragen eine neue Tiefenschärfe gewannen. Als Wegbereiter gelten Francis Bacon für den Empirismus und René Descartes für den Rationalismus. Bacon schrieb das neue Organon, 1620 erschienen, um damit das alte Organon von Aristoteles abzulösen. Der antike Denker hat mit seinen logischen Schriften die Philosophie des Mittelalters geprägt, die sogenannte Scholastik. Obwohl wir Aristoteles im Vergleich zu Platon eben noch als Empirist bezeichnet haben, war seine Logik eine eher rationalistische Angelegenheit, ein System theoretischer Erwägungen. Den Kern dieses Systems bildeten Sylogismen, logische Schlüsse, bei denen aus Prämissen eine Folgerung gezogen wird. Bacon schrieb dazu, Induktion heißt, ich nehme in der Natur etwas wahr, entdecke darin ein Muster, suche nach einer Regel und stelle auf dieser Grundlage eine Behauptung auf. Diese Schildkröte hat vier Beinchen, aber die da auch, und tausend andere ebenso. Die Regelmäßigkeit von vier Beinchen bei Schildkröten bestätigt sich bei der Betrachtung noch vieler weiterer Exemplare, sodass ich schließlich zu der Behauptung komme, alle Schildkröten haben vier Beinchen. Obwohl manche eher Flossen haben, aber im Wasser habe ich vielleicht gar nicht geguckt. Problem der Induktion, reden wir ein andermal drüber. Induktion jedenfalls war auch bei Aristoteles natürlich schon bekannt. Doch erst Francis Bacons Werk, das neue Organon, stellte in seiner Betonung des Erfahrungswissens eine Wende zwischen mittelalterlichem und neuzeitlichem Denken dar. In der Neuzeit sind jedoch auch die Schriften der antiken Skeptiker wieder in Mode gekommen. Dieser Skeptizismus ging mit so klassischen Beispielen einher wie dem von dem geraden Stock, den du ins Wasser hältst und durch die Oberfläche aufgrund einer optischen Täuschung eher gebrochen oder wellenförmig wahrnimmst, mit deinen eigenen Augen. Sind das dieselben Augen, mit denen du Schildkröten zählst? Wie kannst du überhaupt jemals diesen trügerischen Sinnen vertrauen, hm? Hinzu kam in dieser Zeit ein religiös motivierter Skeptizismus, denn im Zuge der Reformation spaltete sich das Christentum gerade in verschiedene Konfessionen oder Gruppen auf. Die Grundfrage dieser skeptischen Strömung lautete, können wir noch den Anspruch erheben, über irgendein Wissensfundament zu verfügen, wenn selbst die grundlegenden Aussagen über den Glauben und die Funktion der Kirche von unterschiedlichen Glaubensgruppen ganz unterschiedlich interpretiert werden. Gegen solche ultimative Skepsis wollte René Descartes etwas unternehmen. Um das Wissen auf ein sicheres Fundament zu stellen, schrieb er daher unter anderem die Meditationen, die 1641 zum ersten Mal erschienen sind. Descartes kritisierte seinerseits das aristotelisch geprägte Denken des Mittelalters. Dennoch war auch seine Methode, ähnlich wie die Syllogismen, selbst eher deduktiv angelegt. Deduktion heißt, ich suche eine allgemeine, ewige Wahrheit und leite davon logische Konsequenzen ab. Über Descartes' Methode und Meditationen sprechen wir ein andermal ausführlicher. Weitere wichtige Namen waren Hobbes, Locke, Berkeley und Hume auf Seiten des Empirismus. Es gibt den Begriff vom englischen Empirismus, weil die meisten dieser Herren aus England kamen. Auf Seiten des Rationalismus gab's noch Malbranche, Rölings, Spinoza, Leibniz und Wolf, Herren aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Weshalb auch vom kontinentalen Rationalismus die Rede ist. Keiner dieser Denker meinte wohlgemerkt, dass Wissen nur mit dem Verstand und ganz ohne die Sinne zu erlangen sei. Oder andersherum, dass es nur die Sinne bräuchte und keinerlei Verstandes. Auch Descartes, oft Urvater des Rationalismus genannt, hat empirische Experimente durchgeführt und die Natur studiert. Soviel zur kleinen Geschichte des Wissens. Gab es darin denn gar keine Frauen? Doch, schon. Für Frauen lautete die Antwort zu »Wie erlange ich Wissen?« damals allerdings eher »Indem ich mich als Mann verkleide und hoffe, an der Universität nicht aufzufliegen.« So etwa eine Idee der 16-jährigen Juana Inés de la Cruz im 17. Jahrhundert. Doch ihre Familie hat's trotz ihrer großen Begabung verboten. Die Frauen der Neuzeit, egal ob in Mexiko, im Morgenland oder mitten in Europa, lernten und wirkten aufgrund des Patriarchats allenfalls im Hintergrund, etwa durch Briefe. So stand René Descartes im regen Briefkontakt mit der Prinzessin Elisabeth von der Pfalz, deren Gedanken und Fragen zu seinen Meditationen wiederum zu seiner Schrift »Die Passion der Seele« geführt haben. Und Leibniz wurde in seinem Monadenbegriff beeinflusst von einer Schrift, die 1690 anonym erschienen war, aber aus der Feder der Philosophin Anne Conway stammte, die übrigens dem Rationalismus zugewandt war. Auch René Descartes räumte der sinnlichen Erfahrung eine wichtige Rolle ein. Dominic Perler fasst die Aufgabenteilung von Geist und Sinnen bei dem neuzeitlichen Denker wie folgt zusammen. »Der Geist hat die Funktion, durch Erkenntnis zu unbezweifelbaren Grundsätzen zu gelangen, von diesen ersten Grundsätzen weitere abzuleiten, Fragestellungen analytisch zu ordnen und eine mögliche Struktur der Welt aufzuzeigen. Die Sinne wiederum haben die Funktion, Infos über den Aufbau von Wissen zu liefern, die abgeleiteten Grundsätze des Geistes zu bestätigen, Fragestellungen zu konkretisieren und die wirkliche Struktur der Welt aufzuzeigen. Daraus ergibt sich, dass der Rationalist Descartes alles andere als ein Gegner empirischer Erkenntnis war. Und daraus ergeben sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Rationalismus und Empirismus. Beide Positionen bemühen sich um die Sicherung und Festigung von Wissen. Beide wollen das, was wir Gegenstände des Denkens nennen – unsere Wahrnehmungen, Vorstellungen, Begriffe, Ideen, Theorien – untersuchen und auf ein neues Fundament stellen. Die Unterschiede bestehen darin, wo die jeweiligen Positionen ihre Priorität sehen und wie sie ihr Vorhaben angehen. Der Empirismus setzt auf Erfahrungswissen und die Methode der Induktion, also den Weg vom besonderen, individuellen, singulären, hin zum Allgemeinen. Der Rationalismus setzt auf Vernunft und die Deduktion, also den Weg vom Allgemeinen hin zu abgeleiteten Wahrheiten oder Erkenntnissen. Logik und Mathematik spielen im Rationalismus eine größere Rolle – und Experimente und Naturkunde im Empirismus. Was ist Wissen? Sowohl aus empiristischer als auch rationalistischer Sicht lässt sich sagen, Wissen ist ein Fundus an Fakten und Theorien, die als gültig bzw. wahr anerkannt werden. Auch dann, wenn sie bisheriges, vermeintliches Wissen umstürzen. So wie Kopernikus im 16. Jahrhundert beschrieb, dass nicht der Kosmos sich um die Erde drehe, sondern die Erde um die Sonne kreise. Das ist der neue Stand unseres Wissens. Ob Wissen aber, um als Wissen zu gelten, mit der wahrnehmbaren Wirklichkeit übereinstimmen oder nur in Gedanken und in sich logisch sein muss, sowie die Rechnung 2 plus 2 gleich 4, da gehen die Meinungen auseinander. Die Frage, was Wissen sei, hängt davon ab, wie wir meinen, Wissen erlangen und festigen zu können. Der Skeptizismus geht davon aus, niemals. Der Empirismus behält diese skeptische Grundhaltung bei. Sein Ziel besteht etwa in der Kritik von abstrakten Begriffen wie der Seele. Der Empirismus schärft unseren Sinn für Vorurteile, macht auf Probleme im Sprachgebrauch aufmerksam und sieht seine Aufgabe in der Erforschung der wahrnehmbaren Welt. Der Rationalismus will die skeptische Grundhaltung überwinden und den nagenden Zweifel als Abrissbirne brauchbar machen. Ihm geht es darum, eine Methode zu finden, wie sich sicheres, unbezweifelbares Wissen gewinnen lässt, um damit dann ein neues, glänzendes, unerschütterliches Erkenntnisgebäude aufzubauen. Das Ziel des Rationalismus ist es, die ganze Welt bis hin zum göttlichen Wesen begreifbar zu machen und nicht nur die Gesetze der Natur mit Sicherheit nachzuweisen, sondern auch die Gesetze der Moral zum Beispiel. Als schönes Schlusswort hier ein Zitat von Hans Poser, der über die Suche nach sicherem Wissen in der Neuzeit folgendes schreibt. Bewundernswert bleibt die denkerische Kraft, die, auf sich selbst gestellt, jene philosophischen Systeme hervorbrachte, in denen die Philosophie nicht mehr die Markt der Theologie ist, sondern in denen der Mensch, durch die kopenikanische Theorie zu einem Zufallsprodukt am Rande des Universums erniedrigt, sich selbst zum erkennenden Zentrum dieser Welt erhebt. Und auf dieser quasi-egozentrischen Note lasse ich den Beitrag mal ausklingen. Jenes YouTube-Kommentar vom Einstieg war in Gänze übrigens noch etwas länger und enthielt den folgenden Satz Wie du dich hier nach ein paar lächerlichen Klicks anbiederst, ist wirklich erbärmlich. Klicks allein, mein Lieber, die bringen hier herzlich wenig. Auf die Wiedergabezeit kommt es an. Daher sage ich vielen Dank an alle, die immer noch zuschauen. Denn natürlich mache ich diese Beiträge nicht nur aus Spaß, sondern auch um Gelerntes anzuwenden, um damit vielleicht mal mein Einkommen aufzubessern, aber vor allem, um damit Menschen zu erreichen, die ebenfalls an Philosophie interessiert sind und an schwierigen Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Wie erlangen wir Wissen? Sicher nicht, indem wir einander anfeinden und niedermachen. Wir könnten noch lange darüber reden, wie überheblich Descartes auf berechtigte Kritik an seinen Schriften reagiert hat, oder wie zugeknüpft die Royal Society zu Leibniz-Zeiten mit ihrem Wissen umging. Und wir könnten darüber spekulieren, wie weit dieses Wissen bereits vorangeschritten wäre, wenn Menschen mehr kooperieren statt konkurrieren würden, weniger einander bekriegen, als miteinander an gemeinsamen Zielen arbeiten. Aber naja, das Leben ruft. Bis bald!